So mein Lieben, ja es ist mittlerweile halb neun und wir haben die letzten Tage so viel Schubsohlen gefressen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So hartes Angeln, das haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Wollten eigentlich gerade auf Zander angeln und ich sag, Mensch Alter, der Wind ist endlich mal weg. Lass uns noch mal eine Drifte übers Flachwasserplateau machen. Es hat keine zehn Meter gedauert. Der vierte Wurf auf einem riesen Big Bait, im Hintergrund seht ihr den, quasi da bei meinem Daumen, so geil. Der Hecht hat den fast im Freiflut genommen. Also gerade an der Wasseroberfläche zehn Zentimeter darunter geführt und dann ist der Hecht komplett rausgeschossen. Den haben wir jetzt im Kescher liegen, den vermesse ich jetzt eben kurz und dann zeigen wir ihn euch und dann geht das rum. So, ja 1 Meter 1,5, also 1 Meter 1. Schöner Fisch. Richtig toll. Freue ich mich. So, reicht hier. Ja, über euch noch einmal. Tolle Färbung. Auf der anderen Seite eine fette Macke vom Laichgeschäft. Den packe ich jetzt direkt zurück. Das brauche ich euch zu zeigen. Oh, was hat der Fisch gut getan, Alter. Ja, herrlich, 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 herrlich. Heftig geil. Ja, der Fisch liegt dann halt auch irgendwie ein bisschen weicher, ne? Ja. Oh, warte. Prost, Mann. Ich mach mal hier so. Du musst noch mal runterkommen. Hahaha. 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 Hahaha.